hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren part von lego harry potter die jahre 1 bis ja also einfach erstgeschichte los geht's aber noch die Münzen hier einsammeln die bringen mega viel Geld ja das ist das aktiviert ja das ist aktiviert oder ich hätte schon ja 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 ok nee das sind die unsichtbaren Münzen die du zufälligerweise findet ja beim letzten mal haben wir doch wie bekämpft weil er so böse ist eigentlich nicht aber ja 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 ich sage ganz 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 böse er wollte trotzdem nicht nach Hogwarts gelassen und ja genau und er hat dafür getan dass Ron Ärger von seinem Bruder kriegt so böses Doppi und dass sie gegen die Wand gerannt sind ich glaube Hermine mag uns nicht ich mag die Wand die schickern ich glaube ja die Wand ist voll blöd ich glaube Hermine mag uns nicht mehr hey wollen wir mal in den Topf kümmern wir machen es du mit ihr klub jebi stimmt das ist ja ist ja logisch ok jetzt geht's los ich bin Skilled by Fitter immer noch ihr kennt mich von den ganzen Sachen ja ich kann auch überhaupt nicht jetzt habe ich meine Haare ruiniert also müsst ihr kämpfen warum haben wir seine Haare ruinieren wir sind die schlechtesten Schüler aller Zeiten oder oder blöken wir einfach gehen oder locker dich ich bin schon fertig und ich bin schon fertig und ne ich bin schon fertig und du hast noch nichts gemacht hä du hast noch nichts gemacht hä du musst auch ein Platz stehen bleiben du hast noch gar nichts geschafft du musst auch wenn wir den roten sauber machen du weißt was ist doch der roter du musst auch noch zielen gell auf jeden da musst du da Maus werden ich glaube du machst irgendwas krass oder ich muss als erster anfangen kann das sein ja das kommt aber ich werde es jetzt zerstören am Anfang des Parts alles zerstört nein mach du schon mal das ach so ich muss alles frei machen wahrscheinlich nein nein ok ich hab keine Ahnung ich hab noch kackt ich weiß nicht was man machen soll ich glaube du darfst schon als erster aber guck mal Steve steht da einfach so da es wäre ihm alles scheißegal ok ähm ach hinter der roten Linie ja als ob als ob wusstest du das das stand da aber hier ist das mit dem 5 mal gell und du die zwei sachen über den ja auch mal was ich hab nur ein ich hab nur ein das ist deine belohnung hier komm gönnt ihr doch jetzt muss man das jetzt zählt es nicht mal jetzt musst du von allen anfangen gehen und ich füge die große ja ich weiß ja das stimmt du ein paar weißt du das komm lass mich mal komm komm du hast schon wieder null ach das ist das jetzt einfach den roten zauber was ist denn da ich muss unbedingt ich will nicht der beste schüler sein darf ich der schlechteste schüler sein tauschen ich will sein das ist das ist nicht so schwer was nein was das ist mein aushilfen der war die ganze schule oder die ganze zweiklässler und der ersten runde auf die teile ich bin kein paar sind nur gute freunde nehmen sie mich nehmen sie mich ja ich weiß jetzt aus erzählen wir mal die ganze zeit was in der synchro passiert aber da war das ja auch so dass er wieder die ganze zeit sprach ich bin gestorben das ist auch passiert erzähl du mal was ich bin zu überfordert mit dem sprach einstellungen mit dem französisch oder bist du auch überfordert ja okay also harry konnte irgendwie die ganze zeit sprache einstellungen ändern auf passel und französisch steuern ich glaube es war hallo mein name ist harry potter ja du musst dir mal langsam besiegen ja du bist das aber erst anziehen bis die klima kann ich nicht ich muss mich halt umbringen siehst du hat doch gesagt ich bin mein blauen steiner was das für gebrust der da ja ich bin nur mein blauen steiner ich muss mich gerne um die fresse alter ja stürmen stürmen stimmen stürmer sei mal der fang hat einmal der fang hat dahin das ist englisch oder stürme ich bin die scheiße vielleicht muss ich auch nur b drücken späten ja ja anscheinend kann ich nicht habe es habe schon so auch probiert ich treffe die ganze zeit dein gegner ich kann es versuchen hallo mein name ist harry potter was war da noch das war dann noch neben einen totalen chinesisch ja ja nur noch ein leben ja ich habe mit dem besten zauber expeliamus reingeschneidt weil das ist nicht so dass der beste zauber als ob der bei den roten ist schönen dank auch expeliamus goldstein freigeschall ha 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 karl der ersten rolle schlange zum appell hey reporter jetzt kann er pasus er kann pasus sprechen das konnten nur die sprüche die ähm die dunkelste zauberer von von slitherin so wie voldemort das war ein bergmal von voldemort wer könnte er sein wahrscheinlich ich werde draco malvoi ist es er ist es obwohl das eigentlich von gesagt und ich habe wieder die parzelsprache reingeschaltet ganz schnell ganz schnell wir kommen jetzt wieder zu dem dingsraum wo die schlange war damit wir den parzelsprache machen können jo aber was gab es denn noch für sprache wollen wir herminis ballkleid dings kauft im ballkleid weil wir haben so viele stats ja später aber nicht jetzt aber ja können wir machen wir machen jetzt mal ein level ok wir sind ja gerade auf dem weg soll sich mal beilen denn dick ey der ford die ganze zeit der blähungen ja das denke ich auch der durchfall der kopflose fast kopflose nick hier kannst du das machen bin ich harry potter ja warum wollen wir eigentlich und das war das war das muss ich machen das muss ich machen ich zeig dir was wir machen was machen wir nichts jetzt muss was machen fügt den teil zu los 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 wo er du schaffst das wo denn auf die drauf weil ich doch nicht einfach drauf schmeißen ach ne war's ja da kommt noch ein teil warte mein fehler ja jetzt muss das machen ja tschüssi tschüssi warum geht nicht einer links oder rechts weil wir cool sind und auf einer treppe gehen ja hä wieso ist hier ein wasserfall ja weil wir das kennen wir sind in der kammer des schreckens dumpt dumpt aber ja natürlich ist das jetzt das mit dem vielsaftranken scheißer und goye die drei griffen bei der pausel sprache kann das machen ja oder machen wir jetzt mal vielsaft dran ist ziemlich cool da kann sich an jede person verwandelt besser das ist wie vielsaft dran aber das hält für ewig verstehst du also wenn ich klein wäre würde ich ganz viele leute vielleicht knacken wir die vier millionen stanz und kaufen und krassen ich hoffe mal nicht weil es ist zwar lustig aber ich wäre ja und wir können uns aber für 400.000 meisten zauber kaufen vier millionen ist das ja aber es gibt doch einfach 400.000 echt ja ja auch erst mal haben dieses kleid und dann werden wir gucken wie viel geld wenn man 600.000 ich weiß es nicht wir werden jetzt erst mal das eine machen und dann dann können wir es machen machst du gerade wir schleichen jetzt hier lang und versuchen vielsaftranken zu brauchen eigentlich ist das gegen die regeln aber wir machen es einfach um die schule hogwarts zu retten und schon bist du dann in person hallo ich war niemals der typ mit dem roten hut wie lange dauert denn das soll ich noch schlafen legen sind wir dann fertig ja aber was hat es geschafft hat dass ein video bei mir gesperrt welches der lego star wars von mir und loge weil ich weil da zu viele musiktitel sind ist das nicht total bescheuert man lernt denn man lernt denn diese youtube bots da dass man nicht die musik genommen hat damit ich mehr aufrufe bekommen sondern weil ich das lego let's play gemacht habe ja du musst noch bei der vorherigen folge mit ins store das eigentlich rausschneiden ich lass es drinnen und dann mal wenn der youtube es nicht toll findet dann schneid jetzt raus und dann wird's mit dem netten die tipps ach egal ja ich weiß was du meinst du musst nicht erklären der ist der beste ich hab sogar hallo kommt hier nicht vorbei ist das jetzt gandai oder was ich bin jetzt gerade da ich ja da sind viel damit aus versehen verstören wir hier das name sein büro nein ich doch nicht das würde ich niemals tun das war mein lieblings lehre der ist auch voll nett alter was soll wir jetzt hier machen ach so wir müssen kürschen finden oder was was suchen wir eins von finden wir suchen die anderen finden was hast du kaputt gemacht ich hab so ein ding ist dann hat sich was aufgeblasen dann machen wir vier mehr von dem kaputt und ich suche die kürschen ok oh ich hab noch was gefunden was man drauf bläst ok das hält's voll ekelhaft an aber ich meine Luftballons das hat irgendwas mit Wingardium Leviosa zu tun da ist noch eins da 2 von 5 ich hab mir jetzt auch richtig gewünscht wir könnten wirklich Millionärer werden aber das wollen wir nicht natürlich nicht das wär ja voll blöd das wär voll langweilig halt da kannst du ja alles leisten dann macht der Geld nicht mehr so viel Spaß ey ich hab noch eine gefunden ja dann wird dein Geld niemals leer weil das auch so ist wenn man Millionär oder Billionär ist Geld geht niemand aus ich bin Billionär Millionärer sind auch völlig aus da wär ich ein richtiger rich neuer lang ich hab die Kirsche soll ich die schneiden nein wir müssen erst mal das andere finden aber schön dass du die Kirsche gefunden hast kannst du noch den Apfel suchen und die Banane mach du die bitte in den Schokobron ja dann hätte ich auch auf ok wir brauchen nur noch das letzte ich weiß nicht wo es ist ich weiß nicht hast du 4 von 5 oder was ja hast du Durst nein dann träge ich mal was wenn ich Durst hab bringst du was das ist schön das ergibt keinen Sinn ich meine das ergibt 100%ig Sinn warum sollte das überhaupt keinen Sinn ergibt das ergibt keinen Sinn alter was hab ich getan ich demoliere jetzt neben sein Labor sein Labor für ein blöder blöder Schüler was sind wir für böse Schüler gell ach das können wir noch kaputt machen hier das hier noch mehr wir zerstören dich kaputt 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 wir machen hier alles kaputt wäre ich gesagt hä wo ist denn das ich bin jetzt einmal rumgegangen das ist da wo du es verpasst hast du drüber gelaufen bist so logisch oder weil es würde Sinn machen aber die Flasche hier ist es ja nicht das ist das das weiße und fälle und fälle passieren habe ich im Fernsehen gesehen wer hätte das gedacht ich weiß ich bin da schon schlau soll ich das jetzt rein tun tue es rein aber ja Justin Finch Fletch ist das nicht der der versteinert wurde der wird noch steinert sagen wir einfach das versteinert ist weil das ist jetzt schon der nicht nein wir sollen hier erstmal auskommen das machen wir danach ist ist justin hofflepuff ja deswegen haben wir noch mal bestätigen dann war leider dass mich auch mal einer das auch ist auch ist auch nicht rein ich suche jetzt das letzte du gehst nicht rein als mich nicht aufhalten ich muss hälfte hälfte nach der flasche die kommt wenn du das hier machst ich glaube wir haben noch ein paar vater als percy ist griffindor das ist doch ach so du hast recht er hat die flasche flasche ist ja ich bin noch gar nicht hier der andere ich bin von fünf poli damit so alles okay doch das heißt ich wollte schon was sagt das alles noch ein scheinern ist es nicht los geht rein auch so wir gehen hier auf den normalen weg aus jetzt hat das hält anscheinend auch ewig was das hier hält anscheinend auch sehr lange ja jetzt müssen wir wenn die schüttlerin die uns ja wir freuen wir einfach dem hässlichen nick und war schon wieder in seinem vor was machst du auch wir haben einfach fast 700.000 stats wie krass wir sind ich bin gerade völlig neben der rolle vor jetzt haben wir schon 714 übertreib wir sind so rich nur durchs rumlaufen ach so wir sind noch haftet haben weißt du ja ja warte mal nein nein lass mal ich habe gerade die folge aufgemacht ist der für leute den kappen passen oh und da kommt die nächste klasse also wir tun mal so als ob wir die mögen wer ist das warte blaues hemd wie viele hemde hat er rotes hemd gelbes hemd grünes hemd lilanes hemd rosanes hemd orangenes hemd warum wir holen uns jetzt die münzer warum bleibe ich hier stecken wahrscheinlich schlecht mehr wartet nicht wieder runter wir sind jeder münzer hinterher rennen niemals die krebs von nebenan scheiße und der ist gold und ich bin draco und ich bin draco ach wir brauchen eine münzer ja übernimm du das komm red mal ein bisschen es ist fast immer dasselbe mein kopf kann ja ganz kann ja gar nicht so klein sein der maßen der kopfschmerzen hast du kopfschmerzen aber wir haben jetzt schon die hässliche katzen müssen die gäste satz einsamen und die bringen tausend kronen auf dem loch ich bin gerade beschäftigt ich bin beschäftigt merkst du das nicht so mal gucken was hier los ist äh wo hält die denn schon wieder zwei muffins die habe ich mir aus der kantine gestohlen hier wir brauchen noch mehr muffins die schmeckt so lecker mir geht so schlecht und wir hoppen da mal rein eigentlich sind die tot umge... äh ich meine bewusstlos umgefallen aber nein die sind dann noch bewusstlos da lang gelaufen einfach tot umgefallen warte noch nicht rein ach egal doch grab und gold warte wir müssen erstmal hier oh ii das ist die mädchenkabiner ähm wer bist du gerade der mädchen warum bin ich hier ach du hast mich doch ratte gemacht ich bin der kraftörner hab ich cool gemacht machst du dich da können wir mal ein bisschen mehr einsammeln oh mann hör mit den zaubern auf du willst einfach noch mehr gibst mehr geld ich krieg das doch eigentlich doch ach so wir sind jetzt schon beim level ja mann gönnt mir auch halt gar nichts nein ha nein stolper ich nehme es schon an dann kannst du mich lieber erkennen ich meine ich bin Harry attackieren bitte Harry hast du gehört Harry hast du mich gehört Harry nein du bist Barry richtig very very small and fine darf ich ja sein niemals so nicht da oh wir hören doch danach auf gell also nach dem devil wenn wir aufgehen dann kriegen wir uns wagen auf grün und charakter richtig oder halb richtig toll weil ich glaube wenn mein Kopf nicht wird wach dann macht meine Augen auch nicht dann laufe ich Arm um in meinem Spiel laufe ich Arm um ja 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 komm ich glaube ich in welchem Leben Arm umlaufen wenn mein Augen und mein Kopf nicht funktionieren das funktioniert Zauberrei ich kann nicht zaubern wie krass ist denn nur wie ich traue mich sammeln sie einfach so viele ein für für aha ich hab mehr für was besonderes ich hab wohl dass ich noch sehen kann den ich nicht mehr sehen kann aber Rese soll nicht so froh sein dass du sehen kannst was du ja immer bist also ist das ja nichts Gutes wenn du dich an kannst du dich an äppeln dann kannst du ja sagen du hast mehr und dabei hast du mehr verstehst du du stehst dich um hä was kann ich hiermit machen das ist doch nichts achso das wird mir dann das ist Team Arbeiter aber lass mich das nochmal machen ey du komm ich will einen anderen Zauber haben ey ich wollte morgen nicht mal an na dann hier lass mich mal hoch und hier aus du bezahlst du mich auch lass mich aber selber hoch sie ist so und brauchst meine Hilfe du weißt du was 1 plus 1 ist? 4 aber weißt du das? ich sag es mir 11 aber ja das ist nicht es ist 11 aber weißt du das? weil du das mich gerade gesagt hast ja wir müssen jetzt was müssen wir denn jetzt machen naja ah den angreifen und kannst du die Geld einladen und kannst du die Geld einladen um wer das mal abzusetzen oh wir brauchen ja ne das kann man auch nicht machen wir können welchen jetzt groven hätten was gemacht weißt du was? ich glaube oder? ich hab ne bessere Ideen ich mach du mal mach du mal dieses Kreisding da mach du das mal egal egal dann musst du jetzt versuchen darüber zu sprechen jetzt gehts da wo eine Kette wozu ist seine Kette? wenns kaputt ist dann schreibt hin out of order oder irgendwie sowas oder? ja wachs für mich boah oh endlich wird diese Toilette gecleart das ist der Apfel mit dem Parfüm mit Äpfel ja mit dem Apfelgesprache oder mit einem brandneuen iPhone mit einem brandneuen iPhone ja tränk du mal bitte tränk alle oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich bin so high vor allem die sehen aus wie Ron und Harry und die ist einfach hässlich guck mal die sehen nicht aus wie Crab und Boy die sehen aus wie Harry und Harry und Ron als Crab und Boy wer zu wollen schau du die Haare auf und und die du weißt schon als ob die jetzt so bleiben dumm ist was ja und das erkennt er weiß das hat es gibt keinen Sinn ok bin ich gerade Ron bin ich Ron nein warte ich bin Ron als oh da steht nicht mal da steht nicht mal da steht nicht mal also ich bin wahrscheinlich Goyle und die checken das auch nicht ich glaube die sind alle dumm oder da ok nimm das da hier guck hier links kommt die äh der Basile das geht durch hier natürlich woher weißt du das tja das ist seit wann die so die hab ich seitdem ich geboren wurde ihr habt so schön äh ihr erinnert mich an meine Freunde Scheiße und Goyle weil ihr so schön gebaut seid die erinnert mich an dir weil ihr so genau die gleiche gewandt egal ich höre auch und was haben wir noch gesagt keine Ahnung äh was machst du denn eigentlich hier na du wolltest dich doch mit mir treffen na ich hab jetzt was anderes zu tun wir müssen erst alles zerstören erzähl du mal was von der Synchronisation irgendeinem Gebiet das sieht man nur ich das erzählen keine Ahnung da ist ja was hier ist und jetzt ich hab Pfeife geschmückt jetzt ist er wieder weg und jetzt erzähl was von ich weiß schon von der Synchronisation weil ich dreh sie einfach guck mal uiii ne 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 Na na, na Na... Jetzt sind die Rucksingen gelaufen. Ja. Gydiginer? Da der Sau ist. Du musst da weggehen. Ich auch. muss ich was muss was müssen wir jetzt machen naja die schlange kommt jetzt kommt und ich bleibe doch ein draufstehen bis jetzt kommt verdammt warum kriegst du den blauen stein gleichberechtigung wir sind keine freunde mehr ich meine als habe ich will ja auch ich habe den dältesten drittel der welt benutzt was müssen wir jetzt eigentlich machen ich glaube wir müssen einfach hier machen nein wir müssen schon dadurch sonst werden irgendwie hat es was mit dem sitz warte mal was ist das mit dem was zu tun Hey, was ist mit der Mord? Du musst ein Opfer bringen. Hier aus. Ich würde mich hier noch klingeln, und gegenseitig zu sich böse. Okay, wir verlängern die Sachen rein. Komm, ich hab dieses Level schon mal... Off-screen. Hä? Warte, vielleicht ist es... Wir müssen auf die Stange gleich ziehen. Ja! Ich lass mich wohl auf die Stange platzen. Einer ist super. Sie ist auf die Stange! Jetzt! Tschüss! Ach, schade. Tschüss! Ich hab sie getroffen! Getroffen! Hört mir gut zu, ich hab sie getroffen! Getroffen! Und nicht zaubern! Zaubern! Eine goldene Rüstung! So, der macht jetzt alles allerbeste. Der wird jetzt noch eine schilderliche Arbeit machen. Hüpfen! Und stirb für uns! Und stirb für uns! Der legt, glaube ich, den Wasserfall runter. Das explodiert er halt einfach! Ja, aus der Stoff hab ich schon gesagt! Woher wissen wir eigentlich das Passwort? Das ist doch ganz einfach pathisch! Was bist du? Hallo! Mein Name ist... Zunge raus! Mach deine Zunge wieder rein! Na, hoffentlich! Guck mir keiner zu! Und dann mach ich das mal kaputt, damit mir keiner folgen kann! Damit, äh, Leute, die sich als Crab und Gold ausgeben, äh, noch mehr arbeiten müssen! Na, schön! Dank auch, äh, Draco Mavoy! Nein! Ich komm nicht weit! Ich wollte nur gucken, ob man da hingehen kann, okay? Ne, das finde ich jetzt nicht okay! 1, 2, 2... Lass uns mal mehr Geld einsammeln! 2, 2... Wir haben zu wenig Geld! Siehst du doch unsere Leiste! Ja, ja, die ist nicht annähernd voll! Wir sind grad... Was? Wahrer Zauberer von einer Mütze! Oh, das ist die... Die haben meistens da alles, oder? Entschuldigung! Äh, kannst du mal da hochfliegen, bitte? Achso, du bist ja nicht Superman! Vergessen, dass du nicht Superman bist! Ja, meiste das schon! Kannst du mir verzeihen? Ich finde, das ist nicht voll geil! Ich finde das schon voll Goyle! Goyle! Ich hab Ravenclaw, obwohl sogar Hufflepuff... Ich weiß gar nicht! Du hast... Insgesamt haben wir... Ich glaube, das war Ravenclaw... Du hast einen blauer Gold gekriegt, oder? Ja, ich glaube auch! Oder was Ravenclaw! Guck mal! Das sind die bösen Versionen von Harry... Was hast du getan? Ich bin nicht mal nicht nur... Sondern das Bild! Achso! Danke! Ich hab den Schüler befreit! Das haben wir doch auch schön dein Geld ein, ja? Ja, ja! Warum kamen wir denn so schnell... Äh, wahre Zauberer? Wo kamen wir eigentlich? Hä? Ah, hier, guck mal! Hier kann man hoch springen! Ja! Nein, geh noch nicht runter! Geh noch nicht runter! Nein! Was hast du getan? Ich suche den Verantwortlichen! Der Erbe von Smyroman ist der Typ da! Ja, kann's nicht sein! Moment mal, wir wandeln uns zurück! Warum bist du da? Warum hast du schon das Rätsel gelöst? Ich bin zu schnell! Und außerdem habe ich alles gewohnt, das ist also auch ziemlich! Weil ich hab Sachen geholt, die du noch nicht geholt hast! Ach so ein paar Freunde! Andersrum gerade! Ich sei froh, dass wir so viele Münzen eingeladen haben! Jetzt gehen wir auf 1.000! Wir sehen, äh... Wir werden jetzt öffnen und dann... 100%! Wahrer Zauberer! Guck mal, das sind die bösen Versionen von Ron und Harry! Das sind keine Slytherin-Versionen! Das ist doch nicht quer und gold! 815.133 Stats! Und Schülern Gefahr! Äh... Begegöttet! Und danke, ähm... Alpha Kevin, dass du mich hier... äh... Ähm... Goldesteine! Level abgeschlossen! Wahrer Zauberer! Und Schülern Gefahr! St... 48 schon! Gut, dann, ähm... Geschichte Vortsetzung! Oder? Einkauf... Äh... Einkauf... Ja! Von mir aus! Und dann bilden wir den Part! Und dann, ähm... Joa... Hoffe ich, dass er euch gefallen hat! Aber das machen wir schon später! Wir müssen schon wieder... Scherz! Wir brauchen kein Geld! Außer das! Außer das! Außer das! Ja! Weil das... Weil das gratis Geld ist! Hey! Wir können uns als jeder verwandeln! Wir haben ja gar nicht unseren Zauber gezeigt! Wir haben ja gar nicht unseren Zauber gezeigt! Kaufen wir! Guck mal! Die so hässlichen Präger sind! Kaufen wir! Ja! Kaufen wir! Ja! Ich will das kaufen! Ich bin gespürt! Ich will der Fragezeichen-Typ sein! Verlass mich mal! Willst du auch der Fragezeichen-Typ sein? Ja... Der ist schon am besten! Also der Riddler! Ja! Der Riddler! Er kann... Gedankenkontrolle! Stimmt oder hab ich recht? Ich hab recht! Stimmt! Das ist echt lustig! Weißt du was? Das ist eine Lüge! Hast du gerade gehört! Wir sind angebrochen! Ja! Du musst jetzt ins Krankenhaus gehen! Ja! Warum gehst du nicht her zu Hause? Ich brich meine Finger aber immer also! Ach so! Oh! Doch wie... Als hat der so billig ist! Ja weil der nicht's kann! Oh! Ich hab so füß! Mehr hat doch Justin haben wir noch! Ich hab keine Ahnung! Wie schön dass du das im Kopf hast! Ne den haben wir doch gekauft! Die haben wir freigestellt! Naja stimmt! Okay cool! Dann kaufen wir noch mehr! Wir können jetzt einen goldenen Stein holen! Verstehst du? Hier! Wir holen uns einen goldenen Stein! Dann können wir uns keinen 400.000... Mir egal! Wir holen uns einen goldenen Stein! Warte! Lass mich! Warte! Und dann haben wir auch... Guck mal! Das ist zu teuer! Wir brauchen die goldenen Steine! Warte! Lass uns paar Münster hin damit! Wir nehmen wir noch genug für Zauber! Nein! Ist auch nix! Für Geld machen was! Für Geld machen wir! Ich hab' jetzt! Was bringen wir noch? Was bringen wir noch? Ähm! Level! Das weißt du doch ganz genau! Warte! 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 Jetzt hast du gehen! Warte! 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 Das können wir uns wollen vielleicht! Weiter! Dann holen wir uns das für 75.000! Let's go! Hier liegt ja genug Geld drum das wir liegen gelassen haben weil ich gesagt habe es in Ridge! die winkelgasse gibt uns geld er hat nur zwei stats den dem nick das ist doch jetzt egal wir haben so viel gewollt ja das wollen wir jetzt alles beim kessel ich fühle mich jetzt weiter sehr schnell als du nein danke sehr nett dass du kommen wir nehmen eine eines der neuen karantäne dobi muss doch wie im hermine ballfleet obwohl ich dir echt hässlich finde irgendwie also kann ich also empfehlen mich aber hier schon ich will die katze sein ja ich bin okay darfst du auch jetzt egal dass ich einen ballkleid sein muss er hier die warte an den kannst du nicht genau wenn die katzenfrau ich bin kein moment weißt du das wurde die wort wurde nicht so der wandelnde posi sondern so weiß ja zum chat kommen ich glaube ich kann irgendwie nichts der kann im ersten teil ja hermine katze warte wir können nein 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 ich habe den blauen schein hat ist das nicht ist das nicht voll geil dass ich jetzt bin ich ja wieder als katze im springen überhole ich dich einfach fast da kann das kettwomen bin doch du hin und die 75 ich habe wieder so ein langer partner was soll es sich auf jeden fall und dem letzten also zwei einkaufspart und vier gekauft und wir gehen noch zu bringen dann wenn wir wirklich so hart soll es auch richtig lohnen wir waren da so lange nicht mehr drin ja wann spielen wir die noch mal ja da nach der haupt sorry die noch weiter nach vorne geh weiter nach vorne du fliegst ja gleich weg ich kann als einzige zauber das geld ein und nimm den typen der der das öffnet doch ich das ich mach das mit dem ist das rot das hier auch noch das wäre schon mega krass im zweiten jahr schon alle bonus der haben wir freigeschaltet alle das nächste kannst du auch mal machen ja aber da sind meine bonusssachen freigeschaltet ich meine ich weiß es nicht sondern nicht alles das hier kannst du glaube ich nicht mehr ich guck mal ein goldner stein kriegen wir beim nächsten partner macht es nicht jetzt oha dann hätten wir alle beim nächsten part haben hätten wir schon alle bonus level voll krass ja das heißt wir machen dann eine street wo wir nur bonus level haben also eine ich weiß nicht wie lange die bonus der wir brauchen aber wir haben schon neun von zehn freigestattet 90 prozent und dann hören wir jetzt auch gut dann haben wir etwas längere folge gemacht aber dafür hat sich richtig genut genau ich wünsche euch noch einen schönen tag und ich hoffe es hat euch gefallen ähm like nicht vergessen abonnieren abonnieren Glocke ähm vergesst nicht ähm die Glocke zu aktivieren also aktiviert die Glocke abonniert liked ähm schreibt kommentare schreibt kommentare teilt und ja hoffe ich seid ihr beim nächsten mal mit auch mit dabei und ich hoffe es hat euch gefallen und ich sag zum drauf